Sie verbringen eine unvergessliche Zeit in der malerischen Landschaft der 44 Inseln. Ein umfangreiches Behandlungsangebot. Ein professionelles Ärzte- und Physiotherapeuten-Team, das sich in der Behandlung mehrerer gesundheitlicher Beschwerden für verschiedene Altersgruppen spezialisiert. Gemütliches Restaurant mit Menü aus der polnischen und europäischen Küche, serviert als schwedisches Buffet. Sonniger Sommergarant. Ein vergessliches Ort im Herzen der Küstenstadt Sfinnemünde.